Herzlich Willkommen in der Rosenapotheke, im Herzen von Wolfschlugen. Unsere Kunden schätzen die schnelle Bereitstellung von Medikamenten und diskrete Bearbeitung von Arztbriefen und Rezepten, oft schon innerhalb weniger Stunden. Das unterscheidet uns wesentlich von Versandapotheken. Unser eingespieltes, engagiertes und geschultes Team berät Sie gerne auch zu Diabetes, Übergewicht und Cholesterinproblemen. Darüber hinaus kontrollieren wir Ihren Blutdruck und Blutzucker und verleihen medizinisch-technische Geräte. Unser Schwerpunkt liegt auf der individuellen Herstellung von Rezepturen, wobei wir das Wissen von drei Generationen mit einbringen. Eine umfangreiche Bibliothek garantiert die schnelle Suche nach alten medizinischen Bezeichnungen. Insbesondere unsere ausländischen Patienten schätzen, dass ihre Arzneimittel über den Wirkstoff schnell in der jeweiligen Landessprache herausgesucht werden. Um Wechselwirkungen und Unverträglichkeiten zu überprüfen, erhält jeder Patient auf Wunsch eine persönliche Patientenkarte. Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen und freuen uns auf Ihr Kommen, Ihre Rosenapotheke. Hallo! Hallo! Hallo!